Hier schreibt Oliver, hallo Alex, echt ein gutes Format, dass du da betreibst, weiter so und lass dich nicht unterkriegen. Da du selbst vor kurzem Vater geworden bist, verstehst du bestimmt am besten, wie wertvoll so ein kleines Würmchen doch ist. Deshalb mal ein Thema, welches mich echt um den Schlaf bringt. Abtreibungen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1950 und in der DDR seit 1976. Offizielle Statistiken. Zusammen 4.739.658 Tote allein in Deutschland. Dann sagt ihr, soviel ich weiß, hat der Zweite Weltkrieg laut Wiki rund 55 Millionen Tote zur Folge gehabt. Genau das ist der Punkt, genau das ist die Eugenik. Und man verkauft dann die Eugenik, wie gesagt, den Frauen als fortschrittlich oder als feministisch. Und man verkauft es anderen Gruppierungen auf andere Art und Weise. Und die Globalisten, die hinter diesen Organisationen stecken, hinter den Frontorganisationen stecken, da hat man dann zum Beispiel die Rockefeller Stiftung oder die Gates Stiftung, Bill Gates, Microsoft. Alles totale Eugeniker, also sie haben dann schon quasi die Nazi-Eugenik finanziert oder das Kaiser-Wilhelm-Institut. Sie finanzierten Nazi-Eugenik, also richtig krasse Eugenikprogramme in den Vereinigten Staaten, wo man dann die Nachkommen der U-Einwohner, die Indianer, zwangssterilisiert hat. Und man wollte oder hat auch große Anzahl an geistig Behinderten sterilisiert. Man hat Leute sterilisiert, wo es geistige Behinderungen in der Familie gab. Aber die betreffende Person nicht betroffen war. Und man sagte einfach, naja, wir können das Risiko nicht eingehen. Sie haben sich dieser Operation zu unterziehen. Also wenn Leute jetzt glauben, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Guckt euch den Film Endgame an von Alex Jones, die deutsche Fassung auf infokrieg.tv. All diese Fakten sind wirklich dermaßen gut belegt. Es gibt noch viel, viel mehr Bücher darüber. Und wir werden noch viel, viel mehr über das Thema machen. All diese Fakten sind da. Und wie gesagt, Abtreibung ist einer der wichtigsten Werkzeuge für Eugenik.